so hallo sind wir auf meinem kanal zum neuen video mal wieder ich dachte mir heute machen wir leckere hackfleischbällchen gefüllt mit käse und speck ja und da es nie genug käse oder speck sein können wollen wir die auch noch mit käse überbaken ja ich bin sicher das wird extrem lecker ihr könnt die essen als hauptgericht ganz normal mit leckeren salat dazu zum beispiel dann platzsalat leckere platzsalat dazu kartoffelsalat oder sonst anderes salat dazu habt ihr ein richtig leckeres hauptgericht oder wenn ihr mal eine party habt geht es auch wunderbar als fingerfood einfach nachher nur einen sandstocher oben rein stechen ihr habt das super fingerfood ja die kann man kalt essen die kann man warm essen wie immer ihr das wollt ja ich würde ich sagen ich zeige euch mal was man verbraucht und wie das funktioniert dann wünsche ich euch viel spaß im video so was brauchen wir für unsere leckere hackbällchen unsere gefüllte natürlich brauchen wir eine hackfleischmasse ja habe ich schon mal vorbereitet wie die funktioniert habe ich schon mal gezeigt im video von der fleischküchle ich finde einfach ist nicht nötig dass ich jedes mal wenn wir hackfleischmasse mache ich das nur noch mal zeigen muss das video wo ich auf jeden fall verlinken unter ja von der fleischküchle ist die gleiche masse nur beim video von der fleischküchle haben wir ein kilo massen gehabt das ist nur vom halben kilo hackfleisch dann einfach vor allem die hälfte nehmen oder ihr macht gleich von einem kilo hackfleisch gar kein problem dann habe ich hier einen schönen speck im grauen bauch ein bisschen dünnere scheiben ja dann habe ich hier einen dörrkäse einfach so einen schnittfesten käse nehmen und habe hier eine wunderschöne mozzarella ja das war es schon was man dafür gebraucht hat ihr seht ist gar nicht viel aber wenn man sieht das wird richtig sehr lecker das wird richtig lecker ja dann habe ich hier noch eine schüssel mit Wasser ganz normales wasser drin ist abdrehen vom hackfleisch glaube das am besten wenn man nassen hände hat oder leicht feuchte hände hat dann glaube das am besten jetzt erst mal anfangen gehen wir unseren Käse mal schneidet dann machen wir solche würfel machen wir nicht alles man guckt dass er braucht hat einfach nur die größe schöne würfel schneiden so gehen wir hier nehmen wir unsere scheibe von dem grauen bauch und nehmen wir alle sind sogar zwei eine reicht nehmen wir den käse einpacken ja in den grauen bauch so wollen wir das dann machen wir unsere Hände ein bisschen feucht nehmen wir unsere Hackfleisch raus nehmen wir das waschen Hackfleisch raus nehmen wir das einpacken schau dass es ringsherum gut zu ist dass der Käse raus läuft so noch mal Hände ein bisschen anfeuchte dann haben wir auch schon wunderschöne ach da ist er ein bisschen dünn da schaut der Speck ein bisschen aus haben wir wunderschöne Hackbällchen gefüllt mit Speck und Käse ja die wurde dann angebraten in der Pfanne das zeige ich dir nachher und dann wurde die noch Mozzarella drauf drauf dann wurde die im Ofen überbacke und fertig gegart ja denn die Größe in der Pfanne fertig gebraten müssen sie ewig braten wie gesagt die wurde dann nur angebraten in der Pfanne ringsherum und dann wurde die im Ofen immer dann eh die fertig gegart da gleichzeitig dann mit dem Mozzarella in der Backe und machen wir noch mal eins zack hier schön Plattrücken dann legen wir das rein schau dass es ringsherum zu ist wie gesagt sonst läuft der Käse nachher raus das wollen wir nicht das wird drin bleiben so ja ich spreche jetzt fast sogar als Fingerfood klein ein bisschen groß wurde jetzt aber dann ist es ja als Hauptkern ja ja so würde ich sagen ich mache die Ernte jetzt schon schnell fertig und dann gehen wir ins Braten bis gleich so ich habe jetzt fertig das sechs Stück hat es gehabt dann ist das übrig machen wir gleich ein kleines Fleischstückle das kann der Koch fürs Arbeiten ähm ja wunderbare Hackfleisch jetzt hat es keine ja Eiweiß gibt einen kleiner aber auch nicht okay so wie gesagt als Fingerfood vielleicht nicht ganz unbedingt geeignet den Fingerfood soll man ja mit einem Harz weg äh weg essen können macht er einfach der Käse kleiner halb so groß der könnt ihr es als Fingerfood verwenden der kann gar keiner sehen so ich habe hier die Pfanne ich habe den jetzt erstmal ringsherum anbraten den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt von noch 80 Grad damit die noch einen schönen Back können mit den Mozzarella die Mozzarella ich habe hier einfach so schöne Stück geschüttelt ja damit die Schöne Mozzarella drauf hin zu Backe noch her also Ich habe jetzt hier eine super Sache, wie gesagt, einfach nur ein Lecker Salat dazu, habt ihr super Essen. So, ich muss sagen, geht gerade jetzt links rum an. So, jetzt habe ich es links rum anbraten, ihr seht es, ja, jetzt gehen wir her, einfach nur überall ein schönes Stück Mozzarella drauf, das läuft dann im Ofen schon, dass überall was hinkommt. So, den Ofen habe ich vorgeheizt, 180 Grad, müsste eigentlich ausreichend sein, dass der Kerl schön verläuft und karteniert oben. Ja, dann denke ich mal, wird wahrscheinlich so 10, 12, 15 Minuten wird es dauern. Ich sage aber nachher, habe ich jetzt drinnen am Ofen. Dann mache ich das jetzt rein, dann lassen wir den Ofenseite Arbeit machen und dann, wenn es fertig ist, schauen wir uns das gerne mal an. Bis gleich dann. So, jetzt sind sie fertig, unsere Hackfleischklösschen, gefüllte. Ja, seht ihr super aus für den Jörner. Einmal frei, ein bisschen was Grün drüber drauf, das Auge noch. Natürlich wollen wir jetzt auch mal einschneiden, müssen sie einschneiden. Sind noch heiß. Schauen wir mal, wie die Änderung aussieht. Ja, super. Sehr schön. So muss es sein. Der Gräs, man sieht es, der ist weich, ja, der ist geschmolzen. Einmal frei, super. Ich bin zufrieden damit. Ja, macht was her. Bestimmt auch sehr lecker. Ich zeige es nochmal schön in die Kamera rein, dass es auch sieht. Wunderschöne Sache, ja. Wie gesagt, einfach nur ein leckeres Salat dazu. Platzsalat, verdoffes Salat, was ihr gerade da habt. Ja, schönes Essen. Die waren jetzt drin, bei 180 Grad, 18 Minuten. Doch ein bisschen länger, wie ihr euch gedacht habt. Aber die Hackmasse soll ja auch durch sein. Und der Käse innen drin soll ja auch ein bisschen schmelzen. Von dem her, das passt so 18 Minuten, bei 180 Grad. Ja, dann würde ich sagen, das war es auch schon für das Video. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Kommentar ist immer willkommen, ja. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr das machen. Ja, dann würde ich sagen, danke bis zum nächsten Mal auf dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen los. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. !